Das hier ist die Skyline von Röcknitz, so fährt man hier rein, so eine Straße gibt das hier noch, zweispurig sogar. Röcknitz oder Röcknitz, wie immer das heißt. Das machen wir mal rein. Landkreis Nordwest-Mecklenburg hier. Wir gucken mal auf den Giebel im Stil der Hanse. Eindeutiges Bekenntnis zur Hanse. Wahrscheinlich jedenfalls, so staubend ich auch nicht. Da eine schöne Wand. Röcknitz. Muss irgendwie ein germanisches Dorf sein. Damals war das hier gemischt. Mal O.W. am Ende und mal Hitz oder irgendwas anderes. So, wo sonst, guck mal, da ist gerade noch ein Gutshof. Ich fahre jetzt mal hier längs. Kann ich einfach mal... Wahrscheinlich geht das um den Gutshof rum. Einfach mal ausprobieren. Kann ja nicht schaden. Mal gucken. Hier, da habe ich hingemacht. Hier mit Eisen noch. Eisenstädterberg. Kunst und Käse. Gefällt mir hier. Röcknitz. Jetzt ist aber, glaube ich, Schluss. Ja. Sehen wir, warum. So geht weiter. Sehr schön hier. Röcknitz. Park. Klasse. Ziegenhof hier. Einmal rumfahren. Genau. Noch mal die Rückansicht. Draupurtz. Das war's schon. Klasse. Und tschüss.